Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja meine Lieben, wir haben den 23. Dezember, morgens Heiligabend und ja, ich möchte euch einfach mal ein paar Winterimpressionen, Weihnachtsimpressionen zeigen bei uns hier. Ja, es hat leider nicht geschneit, dafür hat es sehr gut gefröstelt, weil überall auf den Tantspitzen wollte ich schon sagen, ich meine hier im Wald auf den Bäumen sind überall Eiskristalle, Frostkristalle und ja, es sieht einfach nur bezaubernd schön aus. Ich hoffe, ihr könnt es auf dem Video so ein bisschen sehen. Ja, deswegen nehme ich euch einfach mal mit hier durch so ein kleines Waldstück hier, wo ich lebe und ja, wie gesagt, morgens Heiligabend und ich möchte die Zeit dafür auch einmal nutzen, euch ein friedliches, besinnliches und vor allem ruhiges Weihnachtsfest zu wünschen. Ich hoffe, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen werden und ja, dass ihr alles bekommt, was ihr euch wünscht, dieses Jahr noch mit diesem Weihnachten. Wie gesagt, bei uns hat es in den letzten Tagen, ja, war es immer so, die letzten drei, vier Tage um die Null Grad, sogar auch unter Null und dementsprechend sieht das hier auch schön weiß aus. Also so ein bisschen winterlich ist es auf jeden Fall, wenn es so auch noch bleibt und die nächsten Tage wäre für mich persönlich optimal, sage ich mal. Klar, ein bisschen Schnee wäre auch nicht schlecht, aber gut, man kann nicht alles haben. Ja, liebe Leute, das soll es auch schon gewesen sein. Wie gesagt, ich wünsche euch alles Gute, ein frohes Weihnachtsfest, schöne Festtage und falls wir uns nicht mehr hören, natürlich auch einen guten Rutsch ins Jahr 2022. Aber ich denke mal, so ein, zwei Videos werden auf jeden Fall noch kommen. Und da ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.